Und wo du einfach einen sicheren Hafen hast, in dem Sinne, dass du mental stabil bleiben kannst, weil du weißt, du hast diese eine Frau am Start, die hält dir den Rücken frei, die ist korrekt zu dir, die baut keine Scheiße und dann können die beiden anderen Huren von mir aus machen, was sie wollen und du machst dein Ding und du bist happy. Punkt. That's it. Das ist die Lösung. Ganz einfach. Wenn du diese Frau nicht hast, dann ist das dein Problem. Dann hast du Regel Nummer 1 nicht befolgt. Regel Nummer 1 ist, wenn du die perfekte Frau kennenlernst, dann ist das Erste, was du tun musst, zwei andere Frauen vom gleichen Kaliber kennenzulernen. Ganz einfach. That's it. Punkt. Es funktioniert jedes einzelne Mal.